Hallo zusammen, heute geht es um den Energieverbrauch von Kühlboxen. Zum Beispiel hier, wir haben hier die B46S, eine Standardkühlbox mit relativ dicke Isolation, 45 Liter und die hat einen Energieverbrauch von 5,4 Wattstunden pro Stunde. Wir lassen den Betrag mal stehen und ich habe hier die Söldänzer, preislich ist sie im Wissen teurer, ist aber auch mit 165 Liter massiv größer und diese Kühlbox hat eine Isolation von 11 cm und der Energieverbrauch liegt hier, obwohl sie ziemlich größer ist, nur bei 3,2 Wattstunden pro Stunde. Das ist bei beiden Boxen gerechnet, bei 5 Grad innen und 25 Grad außen. Wird die Außentemperatur höher, dann ändert sich das dann. Seht ihr aber bei uns auf den Datenblättern, hier zum Beispiel bei 5 Grad innen und 32 Grad außen, braucht sie bereits 12 Watt. Wir haben dann hier zum Beispiel unsere Box, die Y45PX, die hat einen Energieverbrauch von 9,2 Wattstunden pro Stunde. Fast doppelt wie die hier, sie ist gleich groß, aber sie hat die schlechtere Isolation. Und diese Box hier, die hat aber nur 28 Liter und die hat einen Energieverbrauch von 7,6 Wattstunden. Was heißt jetzt, dass diese Box hier braucht 3,2 Wattstunden? Ich habe zum Beispiel solch eine Batterie, eine Lithium Batterie 100 Ampere, die hat eine Kapazität von 1280 Watt. Die kann ich eigentlich auch nützen. Wenn ich die 1280 Watt durch den Stromverbrauch von dieser Box Teile, also 3,8 Watt, ich meine 3,2 Watt, dann sind das rund 400 Stunden. Wir wissen, Tag hat 24 Stunden, das sind dann 16 Tage, das sind gute zwei Wochen, die so eine Truhe läuft mit so einer Batterie. Aber die Batterie ist irgendwann leer und dann müssen wir nachrüsten, zum Beispiel könnten wir mit Solarzellen aufrüsten. Mit solch einem 100 Watt Panel bringe ich im Sommer Faktor 4 rein, je nachdem wo es hängt und so weiter. Also mit dem Panel hier kann ich diese Truhe absolut problemlos betreiben. Da gibt es ja dann noch die kleinen Haken. Das ist gerechnet bei diesen Geräten, wenn ich nichts dazu mache. Wenn ihr jetzt eine Alphütte habt und ihr habt so ein Gerät oder so ein Gerät da stehen und ihr wartet Besuch. Ihr habt zum Beispiel so einen Schreibergarten und ihr habt so eine Truhe drin. Und jetzt habt ihr eine Party, habt die halbe Verwandtschaft eingeladen, da kommen mehr als zwei Leute. Ihr packt dann auch zu und sagt, na gut, so eine Truhe, 45 Liter, da kann ich ja 30 Liter Bier einfüllen. Geht rein. Ich gehe das Bier einkaufen, packe das Bier ins Auto. Nur statt das hier rein zu machen, habe ich das noch ein paar Stunden im Auto sitzen, dann hat das Bier 30 Grad. Nehmen wir an, es ist Sommer, Bier hat 30 Grad, das kann man nicht trinken. Ihr packt das hier rein. Da müssen wir folgendes rechnen. Wir müssen die 30 Liter Bier, die 30 Grad haben, auf 5 Grad runter kühlen. Es wird in diesem Moment nicht weniger Bier, es bleibt vom Gewicht her die 30 Kilo. 30 Liter entspricht etwa 30 Kilo. Mal auf 5 Grad runter kühlen sind 25 Grad. Da können wir rechnen, mit diesem Apparat rechnen wir das. Ich habe immer noch die 30 Kilo Bier, die ich mal 25 Grad runter kühlen will. Mal den spezifischen Wärmeinhalt, kenne ich nicht vom Bier, aber wir nehmen den von Wasser. Das ist dann 1,163. Das sind dann 872 Watt, die ich brauche, um das Bier kalt zu kriegen. Wenn es Bier 30 Grad hat, haben wir auch eine Außentemperatur von 30 Grad. Das heißt, hier die Maschine, die zieht dann 10 Watt. Jetzt wenn wir dann das in einem Tag rechnen. 10 Watt brauche ich für das Gerät. Mal 24 Stunden sind 240 Watt Stunden. Plus die 870 Watt, die ich brauche, um das Bier runter zu kühlen, sind dann 1100 Watt Stunden. Wenn ich das Bier in 24 Stunden kalt haben will, dann brauche ich den Inhalt dieser Batterie. Und vorher haben wir gesagt, so ein Teil hält 16 Tage und so ein Teil funktioniert daran etwa 10 Tagen. Ihr seht, der Stromverbrauch, um Ware runter zu kühlen, ist enorm. Jetzt werden wir noch ganz brutal und sagen, ihr habt Wasser, was ihr gefrieren wollt. Weil Eiswürfel machen ist ja toll. Nur mit dieser Box können wir tief kühlen, das ist kein Problem. Kann man einstellen als Tiefkühler. Dann braucht die Box mehr Strom. Wir rechnen dann um die 15 Watt bei 25 Grad pro Stunde. Aber jetzt schmeißt ihr hier 2 Kilo Wasser rein. Also 2 Liter Wasser und die wollt ihr durchfrieren. Das Wasser hat eine Temperatur von 20 Grad. Das heißt, wir müssen das von 20 Grad runter kühlen auf 0 Grad. Das ist die sogenannte sensible Temperatur. Müssen wir also rechnen. Die 2 Kilo Wasser mal die 20 Grad mal die 1,163. 2 Kilo mal die 1,163. Gleich. Das sind das 46 Watt, die wir zusätzlich brauchen zur Box, um die 2 Kilo Wasser runter zu kühlen. Auf 0 Grad. Bei 0 Grad muss das Wasser gefroren werden. Das heißt, wir sind da im latenten oder latenten Energiebereich Temperatur drin. Wir frieren das Wasser durch von plus 0 auf minus 0 Grad. Dann ist es aber hart. Und hier brauchen wir pro Kilo zusätzlich 92 Wattstunden. Dann wären wir bereits auf 230 Watt, die wir brauchen, um die 2 Kilo zu gefrieren. Jetzt sind wir aber erst auf 0 Grad. Und jetzt gefrieren wir nochmals runter auf minus 10 Grad. Und für das nachzurechnen brauchen wir nochmals etwa 5 Watt. Also sind wir bei 235 Watt, die wir brauchen, um 2 Kilo Ware durchzufrieren. Die Kühlmaschine hier, die hat eine Kälteleistung von rund 30 Watt bei diesen Temperaturen. Wenn wir also diese 230 Watt durch die 30 Watt Kälteleistung rechnen, brauchen wir knappe 8 Stunden, bis wir die 2 Kilo runtergekühlt haben oder durchgefroren haben. Also geschwind reinlegen, warten, könnt ihr vergessen, geht nicht. Wenn ihr jetzt aber fischen geht, da habe ich mal ein Video gemacht, hier zu fischen. Da fangen ja so Fische, so kleine, mit so Augenabstand. Und die wollten durchfrieren, dann brauchte einfach Energie. Wir haben Kunden, die haben solche Truhen hier als Tiefkühler im Wohnmobil drin. In der Heckgarage. Die gehen dann fischen nach Norwegen. Fischen den, filetieren den, da gibt es nun mal die Hälfte Gewicht. Und die Filets werden durchgefroren. Wenn da oben ein Campingplatz ist, ist das absolut kein Problem. Da ist Strom da. In Norwegen habt ihr auch nicht so viel Solar. Oder sie lassen den Generator laufen oder die Hauptmaschine und der Strom kommt rein. Und dann fahren sie mit der Truhe hier her. Ob sie es dann verzollen oder nicht, weiß ich nicht. Aber das ist kein Problem. Die Kälte wird hier oder die Tiefkühlung wird hier gehalten, um ihren frisch gefangenen Lachs nach Hause zu karren. Wenn ihr Fragen habt zu der Kälteleistung. Kälteleistung ist immer auch so ein Thema. Wir haben große Kühlcontainer. Da will dann einer 300 Kilo Erdbeeren einfrieren im Tag. Das braucht Leistung. Wenn ihr dazu Fragen habt. Fragt sie unten in die Kommentare. Verlinke ich euch vielleicht ein Video, was ich schon mal gemacht habe. Oder ich erzähle es euch. Oder wenn ihr ein Projekt habt, was ihr irgendwas einfrieren wollt. Meldet euch bei mir unten in die Kommentare. Oder durchs Mail findet ihr Produkte beschrieben. Und ich mache euch hier einen Link zu dieser Kühlbox. Und die zwei kleinen, die ich noch gezeigt habe, verlinke ich euch hier unten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.